Machen wir mal die weg und jetzt Kanonefeuer. Boing. Genau dafür ist die Kanone gut. Aber selbst das hat keine Chance gegen uns. Vor allem solange Marek hinterherläuft und ihn repariert. Was war das? Genau, tötet ihn einfach. Und jetzt müssen wir darüber fahren und hier das Chaosportal zerstören. Das ist unser erstes Ziel. Wir brauchen ein Ziel, die Position in den Schweren. Marschbefehl bestätigt. Mal weg, du kannst ruhig weiter reparieren. Der Bayblade macht das mal weg. Da ist ein böser Panzer. Da war ein böser Panzer. Marek weiter reparieren. Na, du stoppst mal. Und machst mal das Demolischer-Geschütz wieder startbereit. So. Marek repariert hier mit Fame-Bed mal weiter. Ja, das haben sie sicherlich gespürt. Ja, da brauchen wir nicht mal unsere fette Hauptkanone. Das ist halt das einzig Blöde, glaube ich, am Bayblade. Das Ding schießt, die Hauptkanone schießt nicht von selber. Baneblade bereit für neue Befehle. Oder es liegt an diesem Bayblade. Als nächstes nehmen wir den Punkt ein und dann geht es hier ins Zentrum. Beziehungsweise mit dem Fattery geht es hier oben rum. Mit dem Bayblade hier lang. Baneblade bereit für neue Befehle. Bloß geben wir sie ihnen. So. So. Na, der Chaos Predator hält aber nicht viel aus. So. Bolzen wir mal einfach durch die Ruinen durch. Hier kommt ein Stand. Ich rücke aus. Dieser Ort ist voller Chaos. Oh. Baneblade ist zurückgeblieben. Ich wusste doch, da fehlt noch jemand. Das ist das Schicksal des Chaos. Wir werden angegriffen. Boing. So. Eine ist schon. Nur zu. Dann los. Gut. Ich rücke vor. Befehle, Sir. Die sollten auf uns acht geben. Ich erledige das. Oh mein. Ja. Hallo. Zinsch-Schrein. Zinsch-Schrein. Kommandant, Einsatz. Warten auf Befehle. Wir sind hier zum Dienst, Sir. So. Noch ein Gardistentrupp. Bin schon unterwegs. Baneblade bereit. Wir sind hier. An die Arbeit. Hier in Gefahr. Baneblade weiter variieren. Baneblade macht hier alles tot. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nochmal den Bunker weg. Da hat es die Ehrengarde erwischt. zu kämpfen für diesen Tag. Und ich auf dich breche jetzt auf. Die sollten auf uns acht geben. Also ja, Fernkämpfer haben absolut überhaupt keine Chance gegen den Baneblade. Geschütz dreht. Geschütz feuert. Alles tot. Marek, du bleibst beim Baneblade. Ehrengarde endlich mal nachrüsten. Bereit. Ziel erfasst. Wir sind hier. An die Arbeit. Auf dem Weg. Kümmere mich doch. Da ist der Feind, für den wir hier gekommen sind. Der Imperator soll heute... Seht euch an. Wenn ihr schlechtes Profil bestellt, ist es nicht so. Oh. 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 So. Der lieben Was ist weg. Da oben ist das Geschütz weg. Oh. 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 Ich kann jetzt gerade echt überlegen, ob ich hier am großen äußeren Feld einen niemen Was noch rufen soll. So. Jetzt hat unser Baneblade einen kleinen Bruder. Man merkt schon den Unterschied an Feuerkraft und an Lebenspunkten. Ich bin in Bewegung. So. Die Infanterie nachziehen. Okay. Das war's gleich mit unserem lieben Was. Jo. Das ist aber nicht so schlimm. Da wo der herkam, gibt es immer noch neue. Okay. Ich konnte das demolische Geschütz doch gerade so abbrechen. Befehl lautet. Unser Ziel sind die Space Marines. Ein Predator. Der Imperator spricht durch diese Waffen. Ja. Der Imperator spricht durch diese Waffen und sagt Tod allen Verrätern. Offen auf den Weg. Einweidliche Imperator. Einweidliche Imperator. Wir holen uns dann erst einmal. Einweidliche Steuernkräfte in Sichtweite. Mehr weg. Reparieren. Oh. Der Imperator versucht's. Und jetzt müssen wir doch den Baneblade mal ein bisschen auf Pause schicken. Damit Merrigan ordentlich reparieren kann. Stehen bereit. Dich verbessern wir wieder. Baneblade bereit. Für uns und wir die V-A-Tro eingenommen. Baneblade in Bewegung. Wir kommen an der Stelle. Rassel hält in Verbesserung. Medenfeindliche Space Marines. Taktische Marines haben zugeschlagen. Taktische Marines haben zugeschlagen. Oh, ihr seid noch gar nicht mal abgegradet. Nutzt eure Deckung, Männer. So, macht erst mal die Raketenwerfer aus diesem Bunker nieder. Dann zerballert das dann mal. Der Baneblade wird repariert. Und zwei neue Gardisten. Trum, zwei Panzer haben wir jetzt genug mit den beiden. Da sind übrigens... ...Türme vornehmen, was Panzern hier. Wir ruhen uns aus, wenn wir tot sind. Gardisten sind bereit. Gardisten sind bereit. Hier, Kommandant. Ich höre. Gardisten sind bereit. Befehl lautet Nachricht erheizt. Unser Ziel sind die Space Marines. Marschbefehl bestätigt. Ja. Ziel sind die Space Marines. Dafür füllen wir aber mal... ...kurz mal... ...unsere Truppen nach. Ausrüstung in Empfang genommen. Die Space Marines tatsächlich. Feindlicher Predator bei dieser Position. Feindlicher Predator. Das ist unser Predator. Ja, den... ...fett wahrscheinlich mit der... ...Todeskling-Kanone zu... ...zerhauen, das ist nicht so gut. So, Bainblade ist wieder aktiv. Das heißt, wenn wir die... ...imperiale Gardison angreifen... ...dreifen. So, Burn. Wir sind jetzt unterwegs. Wir wurden zerstört. Gut, das heißt, wir können uns wieder zurückziehen. Und müssen dann nur noch da oben säubern. Das heißt, da die Treppen hoch. Mavic. Du reparierst mal den lieben Rast. Der kann nämlich jetzt auch mal kurz zurückbleiben. Und wir gehen weiter. Heimat die Gardisten. Demolischer-Geschütz säubern den Bunker. Wir werden angekündigt. Wir sind gestritten und in Kest gelaget. Melde Feindrott nach, das ist ziemlich zerstört. So. Jetzt dürfte er nur Mitte da hin. Gut. Rollen wir uns den Punkt. Dann haben wir nämlich... ...genug Anforderungspunkte für einen Zweiten nehmen was. Ihr seid etwas angeschlagen. Bei euch geht's noch. Ihr heilt. Jetzt muss ich dann hier vorfahren und mit meiner geballten Panzermacht. Oh, wir haben nicht genug Bevölkerungslemit. Ja, dann bringt uns doch der... ...neben was nichts mehr. So. Führen wir lieber noch den einen Squad nach, was nicht geht wegen Bevölkerungslimit. Ja, das Ding hat Flammenwerfer. Und Sieg. Jetzt kriegen wir den Bamblade. Sehr schön. Sieg auf ganzer Linie. So, Plasmawerfer. Und das wäre der letzte Auftrag. Tja, burn, kriege ich nicht mehr aufs Max-Level. Ich glaube, das hier steigert, steigert das auch meine Energie? Nein. Da hätte ich das hier gebraucht. Nehmen wir das hier. Obwohl, gehen wir einfach das hier weit. Diese Schutzbarriere brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche meine Energie eher für Bamblade und Limenoise-Panzer. Äh, für Limenoise-Valküren-Unterstützung. Scharfschützengewehr wäre interessant, aber der Blick des Tigers ist richtig mächtig. Muss ich wirklich sagen. Und bei Mavic will ich halt die Waffe behalten. Und ich kann diese Waffe nur den beiden geben. Machen wir das hier. Und Mavic? Raketensalve. Auch wenn er mit seiner Artillerie das schon drauf hat. So, dann verheizen wir bei burn wenigstens noch das letzte Ding. Den kriegen wir ja nicht mehr auf Level 9 leider. Schade. Aber ja, wir haben jetzt unseren Bamblade freigeschalten. Wir haben hier alles bis auf Blechköppe. Hier den Bug. Und die katachanischen Teufel freigeschalten. Sogar bis zum letzten Tech-Tree. Alles durch. Hm. Gute Leistung eigentlich. Und ja, mit der letzten Mission. Mit der Grube des Maledictus. Beschäftigen wir uns dann in der letzten Aufnahmesession. Hm. Vielleicht schiebe ich dann auch gleich mal ein, ähm, Gefechtsspecial mit ein in die Aufnahmesession. Mal sehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns zum großen Finale von dieser Staffel Donnephor wieder. Wenn wir uns gegen den großen Dämon behaupten. Also, bis dann. Also, der hier ist dann aber auch wirklich dunkel. Und dann sehen wir uns dann rein. Wie lange ist das nicht containers cinema. Und dann dann wieder auf der Und die ist dann ein paar本当 e Unity. Und dann könnt wir uns dann nochmal mal ein paar Männer. Vielen Dank.